Der letzte Lauf in der 60-Festkasse soll gestartet werden, die 80-Festkasse. Wir sind bereit, zur Sache hier in diesem letzten Lauf. Er ist jetzt auf der 60-Festkasse. Die erste Runde gibt es hier auf der 60-Festkasse. Nur die 3, 5 und 4. Wir sind auf der 60-Festkasse. Die erste Runde gibt es hier auf der 60-Festkasse. Die Gäste sind in der Brille dabei. Die Gäste sind in der Brille dabei. Die Gäste sind in der Brille dabei. Die Gäste sind in der Brille dabei dabei. Die 140 PS Lassel, bitte in die Schattenstelle geben. Die Gäste sind in der Brille dabei dabei. Die Gäste sind in der Brille dabei. Die Glutex ganz klar vorne, unterwechseln, auf Platz 1, die Glutex, Führung, 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 Führung. Aber alles in Ordnung, Fahrer ist okay, Anzeige jetzt schon da von den Helpladen. Ja, spannendes Rennen, der letzte Lauf der 60-Wert-Lanne, da ging es nochmal richtig zur Sache. Wir freuen uns auf die 80 PS-Fahrzeuge, die sich bitte standklammern.